Hallo Freunde und herzlich Willkommen. Wir wissen jetzt endlich mal die Lösung. Wir haben ein bisschen gespickt, weil wir jetzt nicht weiterkommen, Tim. Und jetzt wissen wir es mittlerweile. So, los. Hallo. Dann machen wir durch. Ach du mal, so. Ähm, ich gehe eins. Erst die Portale. Jetzt lass mir jetzt mal das Flutzen. So, ich setze nach da hinten. Du setzt nach da. Ich setze nach da hinten. Geht einfacher für mich zum Schießen. Ah, ich muss jetzt wo? Du musst jetzt da hinsetzen. Ja, wir müssen ja erst da auch noch hinsetzen. Nee, nee, nee. Du musst erst da hinsetzen. Das andere mache ich dann. Und jetzt muss ich das zweite. Das zweite hier, oder? Ich würde die Bette da hinsetzen, weil da ist für mich einfach hinzuschießen. Wo? Äh, da hinsetzen. Ah, hierhin meinste. Das andere. Ja. Geht. Weil dann kann ich einfach hier überschießen. Können wir? Okay. Dann mache ich jetzt die Brücke weg. Yes! 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 Ah! Endlich! Wir haben, wir haben eine Errungenschaft freigezählt. Dicke Freunde habe ich freigespielt. Eine Errungenschaft. Oh, das mit der CD darf ich jetzt. Verdammt! Niemand da zu umarmen. Sieht so traurig aus. Machen wir mal. So, irgendwo ist die CD noch. Die wir haben müssen. Aber wo? Welche CD? Achso, Insert Disc. Wo ist denn die? Sag nicht irgendwo draußen. Bitte. Nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nicht, dass die irgendwo... Die würde ja durch das Feld hier glaube ich zerstört werden, oder? Ja. Äh, ja. Was ist denn die CD? La 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 la. Was ist das? Nee, oder? Warte. Wenn ihr einmal eine Zahl anstelle von bla hört, ignoriert es. Dies ist ganz und gar unwichtig. Der heutige Sicherheitsgrund lautet 5, 33, 41, 80. Alter! Das kam jetzt ohne so Vorwarnung. Hab ich mir jetzt gerade den... Oh Gott, ich hab mir fast in die Hose gepisst. Der kam so un... Ich hab schon gewundert, wie wir rauskommen. Der kam so unverhofft. Alter. Scheiße. War das krass. Einfach kabumm. Sag nichts. Fuck. Der kam total. Und der Bildschirm. Und der läuft. 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 Rückel. Bei mir drückt es nicht. Läuft erstaunlich gut bei mir im Moment. Äh. Drückenschlag. Oh, wir sinds. Schon weiter. Ach komm, machen wir grad noch. Okay, machen wir weiter. Ey, aber wo geht's weiter jetzt? Runter. Weil die vier. Weil die Transportschächte. Gibt's nur vier oder wie? Hm? Es gibt nur noch vier, oder? Es ist grad eingegangen. Die Brücke. Also, wenn wir heute hingehen. Wenn das nicht so schwer ist. Der andere. Was ich befürchte. Darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Fall ich mal die Kammer durchmachen. Da hab ich mehrere Aufnahmen auf einmal. Mhm. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Oh man, das liegt so viel Aufnahmen, Alter. Außerdem, ich hab das Fenster doch offen mit den Wieseln ziemlich aus. Ach so, gut. Ach, immerhin. Das soll's laut gesagt. Wer dem Aufnehmen. Bist du Gottes Wahnsinn? Muss ich denn jetzt wegen dir rausschneiden? Nicht? Ach, kann doch jeder wissen, dass wir äh... Specken. Nicht gemacht haben. Dass wir es ganz alleine gelöst haben. Genau. Da ich nicht gedacht hätte, dass ihr so weit kommt, schaffe ich diese neue Strecke nur für euch. Oh, scheiße. Ich bin so gespannt, dass ihr euch sehr nahe gekommen seid. Oh man, das ist geil. Ich glaube, es hilft mir nicht. Soll ich durch? Bye, bye. Das ist sowas von bescheuert. Wie jetzt? Wie jetzt? Wie jetzt? Du musst bei uns auch herkommen, hier. Verdammt. Das war ich. Das war ich. Das war ich. Trololol. Ach ne, jetzt trollt du mich auch noch. Also, beide rein. Du, 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 du. Komm. Was ist das ich jetzt dafür mache? Verdammt. Falsche Geste. Ich bin so ein Volltrofi. Komm. Wehe, du trollst. Nein! Er tobt mich, der Sack, der Sack. Komm nicht auf falsche Ideen. Alter. Nicht verquetschen. Wie geht's jetzt weiter? Idee? Ja, ich muss. Und? Ja, wohin? Du warst auf der falschen Seite gesetzt. Was? Nochmal töten, dann sehen wir's besser. Gott, weder rumfällen noch drei. So, wohin? Warst du wieder hier hin? Du musst einfach nur irgendwo hin. Für irgendeine Fläche. Da? Ja. Okay, du nimmst jetzt weg. Das muss ich auch durch, oder? Ähm, ich weiß gar nicht. Glaub schon, ja. Hier ist alles geil. Anarchie. Wo ist jetzt was hochgegangen? Dahinten ist es. Verdammt! Das geht nicht, Alter! Bist du bedäppert? Ich dachte gerade, dass Meri mit der Ofen bleibt. Nein! Ich brauche einen Würfel. Ja, wir müssen irgendwo einen Würfel haben, ja. Komm ich nicht, komm ja nicht auf die Idee, mich runter zu schubsen. Geht gar nicht. Kann's glaube ich gar nicht, aber noch. Ich stehe nicht einfach aus einem anderen Dach. Das ist ein blödes...deines... Ah! Geschicht. Gesicht. So, wie geht's jetzt wieder? Verdammt. So, gesetzt. Komm du mal aufschneiden jetzt. Ah! Ich hab's vergabend verstanden. Kann man da überhaupt wieder ausspringen? Nö, oder? Nee, glaub nicht. Nee. Wir müssen... Einer muss auf die Fläche, einer muss rüber. Ja, aber du musst... Wahrscheinlich ist unten irgendwo ein Würfel oder sowas. Ich seh nix am Würfel. Ich muss da irgendwie raus, aber da komm ich ja raus. Einfach runter gehen. Doch, doch! Ah, perfekt. Da unten ist aber kein Würfel. Du musst einfach auch durch. Du musst durch. Das Problem ist, ich komm nicht weiter. Wenn ich jetzt hier raus geh, dann geht das unten weg. Da muss doch irgendwo ein Würfel sein. So, schau, wenn ich jetzt hier was mache. Bist du Gottes Mutter? Wahnsinn! Wir sind Roboter. Wir werden jedes Mal zusammengebaut. Ja, aber wo ist denn da ein Würfel? Da gibt's keine Würfel. Ich geh mal zum Gaudrucken. Ich mach irgendwas zum Gaudrucken. Hm. Aber wie machen wir das? Hä? Äh... Ist das schon... Ah, es war schon richtig. Warte mal, ich geh nochmal da hin. Setz mal das eine Portal dorthin. Du musst machen, ich hab meine Portale oben. Hinter mich. Hinter mich. Wir beide da. Ja, irgendjemand. Check's nicht. Irgendwo muss ein Wurfel sein oder ähnliches. Ist das auch kein Knopf? Oder ist da unten noch eine Portalfläche oder sowas? Nein, eben nicht. Ich bin nicht. Ich versteh's nicht. Da! Wo? Schau mal, da ist jetzt hinten noch was aufgegangen. Wo? Hinter dir. Das hier? Da kannst du dein... Da musst du weggehen jetzt und da kannst du dann dein Dunkelblaues hinsetzen. Ui! Ui! Jetzt haben wir's. Jetzt. Am letzten Big Bang. Göttlich. Ui! Sehr gut. Wow. Oh! Liebe Leute, wir machen hier einen kurzen Schnitt und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020